Gute Nachrichten zum Himmelfahrtswochenende. Kinder von Geimpften und genesenen Zweitwohnungsbesitzern und Tagestouristen sind in Mecklenburg-Vorpommern nun doch willkommen. Die bisherige Regelung hatte bundesweit für Unverständnis gesorgt. Nun machte die Landesregierung einen Rückzieher. Kinder dürfen nun doch mitkommen, müssen aber ab einem Alter von sechs Jahren einen negativen Corona-Test vorweisen. Die neue Regelung ist seit Donnerstag in Kraft. Danach können nun auch Genesene in den ersten sechs Monaten nach ihrer Genesung ihren Zweitwohnsitz aufsuchen oder als Tagestouristen anreisen. In dieser Zeit ist keine Impfung möglich. Die Landesregierung hat außerdem am Dienstag beschlossen, dass die Beschränkungen für Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper ab dem 7. Juni ganz wegfallen.